Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird mal wieder Zeit für einen großen Fernseher-Vergleich. Und was ist besser als ein LG OLED-Fernseher? Genau, zwei LG OLED-Fernseher. Das hier ist der brandneue LG OLED Evo G4 und das hier ist der Vorgänger, der LG OLED Evo G3. Beide in 65 Zoll und beides eigentlich Geräte der G-Reihe. G-Reihe steht ja bei LG für Gallery. Eigentlich sind die dafür gedacht, um sie an die Wand zu hängen. Gut, konnte ich hier nicht. Vor allem, ich habe ja gerade so den Platz, beide 65 Zoller nebeneinander zu stellen. Deswegen gibt es auch mit Ständern, kann man aber auch an die Wand hängen und dafür sind sie eigentlich eher gedacht. Aber jetzt stehe ich hier und hatte eine schöne Zeit damit, denn LG ist natürlich auf mich zugekommen und hat gesagt, du Foul hier, möchtest du, wir bringen neue Fernseher raus, möchtest du einen testen? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja. Und dann hat LG gesagt, ja, aber wir möchten, dass du den eigentlich eher mit dem Vorgänger vergleichst. Da habe ich gesagt, kann ich auch machen. Dann sagt natürlich LG und ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Ich darf die beiden auch behalten. Aber, ne, fetter Hinweis, Werbung, Werbung, Werbung. Aber wie bei allen anderen Tests hier auch, ich erzähle hier freiweg von der Leber, was mir gut gefällt, aber auch was mir schlecht gefällt. Oder in dem Fall, ne, auf dem Papier ist natürlich der G4 heller, schöner, schneller, weiter, besser. Aber, jetzt habe ich die einige Wochen hier gehabt, habe sie vernünftig genutzt, vernünftig getestet. Was merke ich davon wirklich im Alltag, ne? Und dann machen wir auch noch die Diskussionen und, 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 und. Natürlich gehen wir das durch. Das Bild, die Lautsprecher, die Performance, sonstige Funktionen. Und ich habe so natürlich zwei Fernbedienungen, aber ich war clever diesmal. Ich habe die eine mit beiden parallel gekoppelt. Das heißt, dieser, dieser Magic Remote Zeiger, den sollten wir jetzt nicht doppelt hier rumhüpfen haben. So, und wir starten einfach mal. Hintergrund bei den OLEDs ist, das hat der LG auch noch gesagt, die bauen jetzt seit elf Jahren LG OLED Fernseher. Und so viel muss ich denen ja geben. Auch ich, wenn ich OLED denke, habe ich jahrelang und denke es immer noch zuerst an einen LG Fernseher gedacht. Als sie damals damit anfingen und der Hype bei OLED war, konnte ich das nicht so richtig nachvollziehen. Ich hatte mir damals irgendwann selber einen, ich glaube, 55 Zoll B-Reihe Fernseher gekauft. Und das war so, ja, war gut. Aber das war nicht, dass ich mir dachte, OLED, nie wieder was anderes. Dann habe ich irgendwann ein, ich glaube, ein C-Modell, also das bessere Modell von LG bekommen. Und das war, das war, da habe ich zum ersten Mal gesagt, OLED, wow, schön, jetzt verstehe ich es. Da sind die Unterschiede. Irre, 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 irre. So, und seitdem habe ich ja einige weitere getestet. Aber, Premiere auch für mich, das ist jetzt nicht nur das erste Mal, dass ich Modelle der G-Reihe hier habe, sondern auch, dass ich ein LG OLED Evo hier habe. Und die Evos sind ja die, die nochmal heller werden sollen als die normalen OLEDs. Und deswegen fangen wir auch direkt mit der allerersten Kategorie an. Wie gut ist das Bild? Und da muss ich jetzt nicht sagen, das Bild ist traumhaft. Es ist, es ist, es ist, es ist richtig, richtig schön. Ich muss ja nicht erklären, dass die Schwarzwerte, Schwarz ist richtig schwarz und dass die Farben leuchten und dass die Blickwinkel super sind und die Kontraste super scharf sind. Das ist alles wirklich, wirklich toll. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Das macht auf beiden Spaß. Jetzt sagt LG natürlich, um jetzt mal zum Vergleich zu kommen. Ja, aber der G4 wird nochmal heller als der G3. Da muss ich jetzt sagen. Ja, ich bilde mir teilweise ein, wenn ich irgendwie in die Menüs gehe oder die komplett gleich einstelle und dann irgendwie in irgendwelchem HD-Bildmaterial, was weiß ich, wo ich viel weiße Wolken habe, strahlende Sonnen, helle Explosionen oder sowas. Dann bilde ich mir ein, dass das G4 nochmal heller ist. Die Kamera hat wahrscheinlich irre Schwierigkeiten, das überhaupt einigermaßen einzufangen. Aber ja, in diesem Szenario stimmt es, der G4 ist heller als der G3. Im normalen Alltagseinsatz bin ich persönlich aber eher davon angetan, dass es Evo-Displays sind, dass die einfach nochmal heller als die normalen OLED-Dinger sind, dass ich, der hier mit viel mit Beleuchtung, mit Lampen und tagsüber mit Helligkeit von draußen, ich sag mal, zu kämpfen hat, wie jeder im Wohnzimmer oder wo auch immer, wenn man in der Nähe von Fenstern Helligkeit und Lampen ist, sind die Dinger nochmal merklich heller im Alltagseinsatz. Natürlich reflektieren die nach wie vor. Also natürlich haben die auch Spiegelung, aber die Dinger werden so hell genug, dass ich hier, mein Hauptkritikpunkt über all die Jahre bei vielen, vielen C-Fernsehern oder FC-Modell-Oleds von LG war ja das dann immer noch, man muss halt gucken, dass nicht so viel Licht drauf kommt. Hier ist es so, natürlich habe ich immer noch Spiegelung und Reflektionen, aber die Helligkeit kämpft sehr gut dagegen an. So, also leichter Vorteil G4 auf jeden Fall, aber dicker Pluspunkt in beiden Fällen für die Evos. Dann kommt natürlich LG und sagt, ja, aber wir haben unter der Haube noch gewerkelt, denn damit das alles noch schöner, besser und toller ist, haben wir einen neuen Prozessor gemacht. Im G3 ist noch der Alpha 9 Gen 6 AI-Chip drin verbaut und hier ist der neue Alpha 11 AI-Prozessor drin verbaut. Das Schöne ist, 11 wieder für die 11 Jahre, passt an dieser Stelle auch sehr gut. Da sagt LG jetzt, der kann besser AI-Zeugs, der ist schneller, ab von den Geschwindigkeiten, so vierfach besseres AI, 1,3-fach bessere normale Performance, 1,7-fach bessere Grafik-Performance oder irgend so was. So, jetzt stehst du hier und jetzt haben die natürlich in ihren Grafikeinstellungen AI-Boost für besseres Bild, AI-Boost für noch mal mehr Helligkeit. Ja, die hatten wir ja gerade, die Bildeinstellungen werden noch mal verbessert mit AI, je nachdem, was das Ausgangsmaterial ist, aber eher einen Unterschied merke ich beim AI-Sound-Feature, bin ich aber bei beiden kein Fan von. Es klingt ein bisschen zu synthetisch, zu hohl in meinen Ohren, das nur für dieses AI-Sound-Feature, dass ich sagen würde, beim G3, nee, beim G4 ist es noch ein bisschen besser geworden vom AI-Feature. Also ja, da rockt der Alpha 11 noch mal ein bisschen mehr, aber in beiden Fällen so, dass ich das für den Sound auch nicht nutzen würde. Jetzt sagt ihr, ja, aber es ist ja ein Prozessor, da merkst du doch bestimmt einen Unterschied bei der Performance. Nö, ganz ehrlich, nein, 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 nein. Ich bin ja etliche Sachen durchgegangen, etliche Menüs und was weiß ich, wenn ich hin und her wechsle und, 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 dass verschiedene Sachen damit mache. Ach, jetzt habe ich sie doch einmal versetzt gehabt. Bam, 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 einmal rüber, einmal zurück. Und wenn wir die dann starten, das ist dann auf dem Level, mal ist der eine, mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Das hält sich die Waage. Oder wenn ich dann, was weiß ich, ich habe natürlich wieder die Standard-Streaming-Apps drauf und, 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 und. Ist es was, ihr seht es ja gerade selber, von der alltäglichen Geschwindigkeit, wo man sagen muss, oh, der hat den, der G4 hat den neuen Prozessor, der ist jetzt um so viel schneller als der, als der andere. Ganz ehrlich an dieser Stelle, nein. Vielleicht zukünftig, vielleicht hat er noch mehr Leistungsreserven, aber in der normalen Benutzung, ne, hält sich das in Grenzen. Aber ich habe LG auch eher so verstanden, dass das halt für die zukünftigen, jetzigen und zukünftigen AI-Funktionen nochmal mehr ausmachen soll. Wo wir aber beim Sound waren, beide überraschend gut. Ich höre aber bei den verbauten Lautsprechern, ich bin sehr sicher, dass es komplett die gleichen sind, in den Standardeinstellungen, ohne das AI-Zeug, kein Unterschied. Von der Lautstärke, wie es klingt und vor allem klingen die richtig gut. Ich hatte hier auch einige LG-Nicht-OLED-Fernseher, riesengroße Oschis, da waren aber enttäuschende Lautsprecher drin verbaut. Hier bei den Dingern, überraschend gut. Ich muss bei beiden sagen, ich käme nicht auf die Idee, im normalen Zimmer, sagen wir jetzt mal Wohnzimmer, Spielzimmer, was auch immer, 15, 20, 25, 30 Quadratmeter Zimmer, zusätzlich eine Soundbar und einen Sub anzuschließen. Nein, die Lautsprecher sind überraschend gut und reichen, ich sage jetzt mal nicht dicke aus, aber sie reichen wirklich aus, dass ich da nicht denke, oh tolles Bild, aber der Sound könnte, nein, nein. Natürlich, LG bundelt die Dinger natürlich auch wieder mit eigenen Soundbars, eigenen Subs und macht da Angebote draus, bestimmt. Und natürlich klingt es, wenn du nochmal ein extra Soundbar und ein extra Sub hast, kommt da natürlich nochmal mehr raus. Aber mit dem Standard-Fernseh-Lautsprecher, die da drin sind, bin ich schon mal gut zufrieden. So, das an dieser Stelle. Also deswegen, das war das Lautsprecher-Kapitel. Wo wir das auch gerade haben, weil ich ja die beiden Gs hier auf Ständern habe, normalerweise G, Gallery-Design, normalerweise Gallery, was hängt in einer Galerie? Bilder. Die sind dafür gemacht, um sie eigentlich an die Wand zu hängen. Vom Platz, meinte ich ja schon, passt das hier nicht wirklich. Deswegen, die gibt es auch mit Ständern. Aber die haben nach wie vor hinten die Halterung, um es an die Wand zu hängen. LG spricht da auch wieder was von einem, naja, spaltlosen Design. Beim G3 lag die Halterung auch so direkt dann dabei, war auch sehr schmale. An die Wand, so habe ich es verstanden, dübeln. Und dann kann ich den da hinten einfach so reinhängen. Und dann soll der ganz nah an der Wand hängen, wie so ein Bild halt. Ja, hier war es direkt, der hat das auch, da war die Halterung nicht dabei. Da war für, für war der Fuß direkt dabei. Gibt es halt verschiedene Versionen. Ein Hinweis beim G3, falls das für den einen oder anderen jetzt schnäppchenmäßig noch interessant wird. Und man sich doch denkt, ich will ihn gar nicht an die Wand hängen, sondern an den, mit so einem Ständer benutzen. Ich habe zuerst gedacht, ich habe es falsch zusammengebaut. Nee, aber ist es. Der ist leicht nach hinten geneigt. Wer vielleicht jetzt hier beim Video die ganze Zeit denkt, Moment, irgendwas bei dem Fernseher sieht anders aus als bei dem. Ne, das ist nicht, ja, auch vom anderen Standfuß, aber der ist oben einen Ticken nach hinten geneigt. Wahrscheinlich wegen der Tiefe vom Standfuß, von der Gewichtsverteilung geht es nicht anders. Aber man muss ja ganz klar sagen, beide eigentlich in erster Linie dazu gedacht, an die Wand gehangen zu werden. Sehen dann da bestimmt auch gut aus. Und vor allem, ich muss ja auch wirklich sagen, vom randlosen Design oder mit dem Alu-Rahmen und sowas, echt, echt, echt schön. Muss ich mal wirklich sagen. Ich habe hier nicht das wie bei der C-Reihe, was wir oft hatten vom Design. Dieses oben hauchdünne, wo man ja Angst hat, das Pendel durchzubrechen und dafür wird es unten umso dicker. Nee, hier ist das übermäßig, überallmäßig gleich verteilt. Schöne Nummer. Bin ich total zufrieden. Also auch optisch hat mir das hier wirklich zugesagt. So, also das zur Optik noch als nächstes. Gespielt habe ich mit den Dingern auch. Leider ist mir da dann aufgefallen, jetzt habe ich zwei Fernseher, zwei Fernbedienungen. Ich habe nur eine PS5 und eine Xbox, um es dran zu packen. Und natürlich auf keiner das gleiche Spiel doppelt. Deswegen habe ich verschiedene Sachen links und rechts ausprobiert. Natürlich sind die wieder hier mit Nvidia Sync und AMD Sync, sind die kompatibel. Und beide Standards werden da unterstützt. Habe ich das ausprobiert, indem ich meinen Gaming-Rechenantrag angeschlossen habe? Nein. Gaming-Modus soll bis 144 Hertz gehen. Standardmäßig natürlich, was man da in der Konsole eingestellt hat. 60 Hertz, 120 Hertz. Ich habe extra einen Gaming-Center, wo ich dann das Ganze überprüfen kann. Die FPS mir anzeigen kann, in den Gaming-Modus gehen kann, um nochmal weniger Latenz zu haben. Um nochmal mehr Einstellmöglichkeiten zu haben und, 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 und. Konnten die Vorgänger auch oder beziehungsweise kenne ich von den anderen LG-Fernsehern auch. Und zocken da drauf, auch super. Also da dann wieder, ist das jetzt irgendwie, dass es sich auf einem G4 schöner zockt auf einem G3? Nein. Bilde ich mir ein, dass da wieder irgendwie die Helligkeit vom HDR-Boost-Modus irgendwie nochmal geiler wird oder sowas? Ganz ehrlich, da waren die Explosionen oder was auch immer wieder zu schnell vorbei, dass ich da sagen müsste oder könnte, das hier ist dann das Geilere zum Gamen. Nein, nein, nein. Wer weiß, was da noch an Funktionen kommt? LG sagt selber, sie haben ein LG Renew-Programm und sagen dann hier, sie versorgen das Ding mit, was war das? Innerhalb von fünf Jahren mit vier Software-Updates. Dabei sagen sie aber, nach Kauf bekommt der das erste Software-Update erst nach zwei Jahren. Also nicht dann direkt jedes Jahr, sondern beim ersten Mal ist da anscheinend irgendwie eine längere Pause. Der wird natürlich mit WebOS 24 ausgeliefert, weil wir sind ja im Jahr 24. Der hat WebOS 23. So, das heißt hier mit diesem Update- und Upgrade-Versprechen, was sie da so reingeschrieben hatten, der bekommt vier Updates, das heißt WebOS 25, 26, 27 und 28 noch. Was natürlich an neuen Funktionen kommt, keine Ahnung. LG hat das bestimmt irgendwo schon in der Roadmap, in der Pipeline, aber was kommen soll, keine Ahnung. Aber sie sagen, Software-Updates kriegt die Kiste dann auch. Kommt uns irgendwie von den Smartphones auch bekannt vor, ist man ja so gewohnt. Gut, kann man hier nochmal ein Häkchen dran machen. Merke ich irgendwelche krassen Unterschiede zwischen jetzt WebOS 24 und 23 im Alltag bisher? Nein. Und die AI-Funktion hatten wir ja schon angesprochen. Aber schön zu wissen, dass es halt so Software-Updates gibt. Natürlich habe ich nicht nur Spielekonsolen dran angeschlossen, sondern Fire TV-Sticks, Apple TV, auch wunderbar, klappt problemlos. Ich habe natürlich bei beiden auch so Funktionen wie AirPlay, beziehungsweise AirPlay 2 inzwischen. Einfach Sachen spiegeln, dranwerfen ist gar kein Problem. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, welche Fernbedienung welche war. Vor allem hätte ich bei dem ja den Bildschirmmodus schoner ausstellen können. Wer jetzt da gerade dann sagt, ja Moment, OLEDs und einbrennen oder sowas, aus dem Grund gibt es ja hier dann die Bildschirmschoner. Jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite. Na toll. Und da geht die Maus jetzt doch schon los. Softwaremäßig passt das aber wunderbar, wo wir gerade schon bei WebOS waren. Von der Eingabe, gerade wenn ich Passwörter dann mache oder sowas, ist das hier mit der Magic Remote und dem Pointer ein Segen. Einfach auf die Tastatur, auf die Zeichen, dann tack, 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 tack ist das Passwort eingegeben und nicht wie sonst immer runter, rechts, rüber, drunter, runter. Da muss ich sowieso sagen, Eingabe, Bedienung, WebOS, bestes Fernsehding von der Bedienung, was es in meinen Augen gibt. So, jetzt bringe ich mal das Ding wieder weg, bevor es hier wieder sonst wie Tango tanzt. Ah ja, wo wir die Fernbedienung dann doch nochmal hatten, sind die gleichen Fernbedienungen. Also sehen komplett gleich aus. LG hat hier die Zeichen nochmal geändert für Amazons und Google den Google Assistant. Ansonsten Netflix, Prime Video, Disney Plus und Rakuten TV auf beiden vorgegeben. Kann ich auch nicht ändern, ist einfach Standard. Mausrad in der Mitte von den Tasten. Ich habe die Mikrofonsache, um halt die Sprachassistenten zu nutzen. Da soll es beim G4 auch eine bessere Concierge-Funktion geben und AI-Vorschläge und Empfehlungen. Ja, ist aber nichts, wo ich jetzt sage, das brauche ich am Fernseher zu haben. Nein, seht es einfach so als zusätzliches AI-Gimmick und dann das war es. Also das haben die. Aber ist jetzt nichts, wonach man streben sollte, meiner Meinung nach. So, und ansonsten Software-Funktionen. Ich habe vier HDMI-Anschlüsse, habe ich alles durchgetestet. Ich habe einen USB-Stick dran gesteckt mit eigenem Material. Natürlich Fernsehen, Upscaling wieder. Je besser das Material ist, desto besser wird es. Auch da hätte ich fast, wenn ich mir was einbilden sollte, dann würde ich sagen, der G4 kann mit irgendwelchen AI-Upscale-Features 0,01% mehr rausholen aus schlechtem Bildmaterial als der. Was weiß ich, wenn ich noch HD auf 4K, wobei das geht bei beiden ganz gut. Aber wenn ich ja noch SD-Material auf 4K dann hochskalieren möchte, so was in die Richtung wird dann vielleicht noch was bringen. Und damit sind wir jetzt einmal alles durchgegangen. So, und jetzt sitze ich hier und habe ein Grinsen im Gesicht. In erster Linie durch die Evo-Nummer. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich Evo-Oleds hatte oder OLED-Evo und ich bin hin und weg von, dass die Dinge einfach nochmal heller sind. Ein deutlicher Boost, als das wir bei dem normalen OLEDs bisher hatten. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist natürlich der G4 ein bisschen besser als der G3. Die ganzen Unterpunkte hatten wir gerade. Und auch wenn man auch ein G4 nicht an die Wand hängen möchte, auch wenn es dann natürlich das das Modell ist für die Wand, auch der Fuß ist in meinen Augen nochmal ein bisschen besser als der vom G3. Das vielleicht noch so als letztes Bonuspünktchen hinten dran. Aber jetzt kommen wir ja zum Preis. Und jetzt hat der G4 den dicken, fetten Nachteil. Der kommt gerade erst raus und der UVP von dem Ding ist 4.000 Euro in der 65-Zoll-Version. Bevor einer schreit, der G3, als der rausgekommen ist, hatte auch ein UVP von 4.000 Euro. Jetzt gibt es aber wie so oft, zum einen gibt es jetzt hier noch Cashback. Ich glaube, inzwischen gibt es schon 300 Euro weniger. Ich habe auch die ersten Händler gesehen, die glaube ich den G4 schon in 65-Zoll-Listen für, ich glaube schon 3.500 Euro oder sowas. Also dieser normale Preisverfall setzt schon wieder ein. Jetzt guckt man sich aber den G3 an und LG selber verkauft den, glaube ich, für inzwischen nicht mehr 4.000 Euro, natürlich nicht, sondern für 2.200 Euro. Es gibt aber auch hier schon Händler, die das Ding für unter 2.000 Euro verkaufen, so Richtung 1.800 Euro. Und dann ist man ungefähr, egal wie man jetzt rechnet, Pi mal Daumen dabei, dass der niegelnagelneue G4 doppelt so viel kostet wie der G3. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der G4 doppelt so gut wie der G3? Nein, ganz klar nein. Natürlich ist es so, der hat sein Update-Versprechen, der ist einfach nochmal neuer, der hat mit dem neuen Alpha 11 AI-Prozessor nochmal mehr Leistungsreserven. Ja, wenn ich denn solche, wer weiß, was bei diesen AI-Funktionen kommt, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt auch einfach andere Konsolen, Boxen oder sonst was anschließen und das im Endeffekt nur als super geiles Display benutzen, mit guten Lautsprechern. Aber das habe ich ja hier auch. Und deswegen, klar, wer das Neueste vom Neuesten will, G4 neuer, besser als G3. Aber wenn man da auf den Preis achtet, müsste man eins, aber sowas von, noch zum G3 greifen, der nach wie vor auch super mit dem G4 mithält. Das ist so, wenn man es richtig anguckt, keine Ahnung, zwei, drei, vier, maximal fünf Prozentpunkte Unterschied zwischen den Geräten. Das dazu. Und deswegen, gut, wer weiß, vielleicht fällt der G3 auch noch im Preis. Der G4 wird sicherlich im Preis fallen. Da wäre meine Empfehlung, noch was warten. Und nachdem ich jetzt einmal Evo gesehen habe, zu Evo, sage ich Neno oder so. Ja, das war jetzt nochmal ein schlechter Gag am Ende. Ihr seht mich auf jeden Fall grinsen. Das war echt schöner, schöner Vergleich und eine schöne Zeit. Und es wird echt schwer, wenn man von Evo, aber das habe ich ja schon erwähnt, aber echt cool. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.